Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Ghost Control. Ich glaube es ist Folge 7, bin mir nicht ganz sicher, die letzte Session ist auch schon ewig her, irgendwann im Dezember. Mir wurde es damals alles ein bisschen zu viel mit Sky Solated und so und da jetzt ja Sky Solated pausiert oder auf dem Ersatz, da es steht, äh, boah, das ist aber laut, ne? Äh, Entschuldigung, ist ein bisschen laut, ich gehe da mal was ändern. Ist schon besser, oder nicht? So, dann können wir auch loslegen. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Ähm, sind wir eigentlich noch heile? Mhm. Dann gehen wir da doch mal her, ne? Ich feiere diese Musik. Hat was Entspannendes. Ah, relax. Tosime, sind die soweit in Ordnung? Ähm, ja. Ein bisschen angeschlagen, dann können sie gleich mal ins Krankenhaus, aber erst nach dem Auftrag. Seid leise. Wir wollen doch keine schlafenden Fische wecken. Ja, ich bin ja leise, aber du bist ganz schön laut, Junge. Okay, da ist keine. Äh, wo kannst du denn noch hin? Einen Schritt kann ich noch machen, okay. Und der andere Kollege hier? Many Monsters kann da hier hin. Ziel ist zu weit entfernt, Mist. Auch zu weit entfernt. Ach so, es ist, äh, hier, grüne Felder und so. Oh, da ist... Ne, da ist nur ein... 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 ein Grabstein. Gut. Bitte, many monsters, schnapp dir eins. Schnapp sie dir alle! Der schöne Kinsey, geht mal hier hin. Aber wo sind die denn? Das können ja nicht so viele sein. Äh... Hat er auch schon Schritte gemacht? Okay. Okay. Ah, ein Zombie-Scheiße. Tu mir nichts, tu mir nichts. Tu mir nichts. Oh, jetzt kommen sie alle. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Schrei doch nicht so. Äh, ich weiß nicht. Glaube ich nehm lieber ihn hier. Ich mach dich fertig. Fertig. Ich mach dich auch gleich fettig. Sonst noch jemand hier, der denkt, dass der Ghost Duster... Jetzt schreit doch nicht so, Jungs. Das geht's doch nicht. Ist noch zu laut. Gut. Stell mal ne Falle. Ich krieg ihn ab. Ja. Sauber. Plus 1 Zielgenauigkeit. Perfekt. Ähm... Ähm... Ja. Oh. Da ist ja noch einer. Ja, verfehlt. Der steht direkt neben dir. Du Vollhonk. Ah, er haut ab. Sehr gut. Es ist doch immer toll, wenn man sich willkommen fühlt. Ist das alles, was ihr in den letzten 200 Jahren gelernt habt? Ich hoffe, der Auftrag bringt ein bisschen Kohle rein. Propfuh, das ist noch voll. Voll, die J. Macht er auch noch einen Schritt, oder was? Ah. Gut, gut. Da ist auch noch ein Viech. der ist gefangen und der nicht die falle machen und die auch und jetzt können wir dann nicht die nächste fall ersatzten dauern wir waren da ein plus ein stärker auch nicht schlecht ich hoffe dass ich schreibe die wölks bei mir so many von prognose alle hin danke das ist ja null energie läuft auch null energie falsch platziert weil er inhalt an die fräse das ist er da geht nicht ich denke wir haben uns hier lang genug aufgehalten 2000 tanken ich hoffe der sprit reicht noch ja was ja müssen wir und ab nach hause und auf dem weg nach hause werden wir noch mal kurz modifizieren müssen es kann nicht sein noch leiser geht ja kaum ach die sprache ist noch mal extra ok so so gefällt mir das na dann fahren wir nach hause geister meister fester gut ich bin voll gesund und ich habe zwar kein radar ich muss die ich muss habe ich schon abgeliefert ne ja wenn ich nach hause komme sind die leer ich brauche dringend hilfe ghost control hier geht etwas seltsames in meinem mixer vor lustig ein schelm war dabei böses zu denken aber sehen wir doch mal nach wir können da ganz sicher was machen naja wo ist er da schneller ja ich habe was zu tun gerade einen moment ich bin gespannt ob der auftrag hinterher noch verfügbar ist 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 sehr gut dann fange ich mir direkt gleich ein Na, wo gehst du denn nochmal hin jetzt? Da. So, Kinsey, dann fang mal den Geist. Kommt der jetzt auch noch nicht so weiter? Das ist ein Mist. Okay, so geht das aber. Jetzt kann er die nicht mehr einsammeln, ne? Er ist natürlich doof. Zumindest kommt er doch vorbei. So. Das schließen, das schließen. Runde beenden. So, du sammelst deinen Shit hier erstmal wieder ein. Machst ne Tür auf. Licht ist auch schon an. Perfekt. Many. Many Problems. Der Klappermann. Der so toll klappern kann. Oh nein, ich bin verflucht. Verflucht nochmal. Fehlgeschlagen. Da sag ich bloß, Selbstbausatz. Das war eine teure Falle. Zweimal fehlgeschlagen. Das war der Falsche. Das war der Falsche. Alles gut. Volle, holle, alles unter Kontrolle. Ach, das war's schon wieder. Ich werde euch blutige Tränen in die Augen treiben. Oh, ein Zombie. Ein Ghoul. Der meiste sehr stark, ne? Okay, den schnapp ich mir. Der steht direkt auf der Falle. Äh, Verlöffel. Funktionieren. Sehr schön. Gibt's doch nicht. Alter Schwede. Macht alles kaputt. Da liegt doch noch eine Falle. Was ist denn los? Ach, die ist voll, ne? Haha. Mä. Mä. Habe ich die Falle irgendwo liegen lassen? Jep. Hm, so ein Mist. Hat er die automatisch eingesammelt? Bin grad total verwirrt. Ja, komm, Schiefer. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Und so geht sie los. Das ist unsere Polonaise. Hm, Kanaise. Ist nach Wuppertal. Brrrr. Was war mit dieser Falle? Legt doch die einfach mal dahin. Wir versuchen es mal mit der Oldschool-Falle. Ich hätte ja natürlich auch noch den Meni herholen können. Meni Pro. Nee. Ja, macht alles kaputt. Macht alles kaputt. Ich wünsche, dass du hier weg bist, wenn der Staub sich gesetzt hat. Hm. Es geht da doch mal auf. Nicht aufregen. Ja. Und wieder eine Reaktion. Geschafft. Ja. Ah!